AnswerGarden ist eine Online-Tag-Cloud, die man offenbar kollaborativ einsetzen kann, mit Schulgeräten. Datenschutz am besten nicht mit Privatgeräten von SchülerInnen einsetzen lassen, aber mit Schulgeräten soll es unproblematisch sein. Ich zeige einfach einmal ganz kurz in Echtzeit, wie man so ein Ding erstellt. Ich habe hier vorher schon mal eine Frage ausprobiert. Es gibt verschiedene Modi, die sind hier unten auch immer mit einem Sätzle erklärt. Ich denke, dass Moderator sich vielleicht ganz gut anbietet, da kann man noch selber zustimmen, ob etwas veröffentlicht werden soll oder nicht. Ansonsten Classroom, wie viele Zeichen, Admin-Passwort, damit man es später verändern kann und man kann sich selber eine E-Mail schicken. Und dann kann man hier noch vielleicht ein Newsletter oder nicht. Das ist aber alles Pipolapub, unterm Strich Local Discoverability. Man kann das Ding quasi im eigenen Netzwerk auch freigeben. Wer sich dafür interessiert, guckt sich es dann einfach an. Und Groß-Kleinschreibung, weil ich meine, möchte ich gerne Groß haben. Also was waren hier die Kolonien? Da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu teilen. Ich habe hier einmal ein Embed-Code, hier ein iFrame. Und ich habe hier einmal einen Link. Ich habe jetzt parallel noch ein anderes Browserfenster offen. Da werde ich dann einfach mal antworten. Und was schreiben wir denn da? Dann sagen wir mal, das war ein Ghana zum Beispiel. Einmal eine Kolonie. Jetzt merkt man hier, okay, ich muss noch einmal Refresh machen. Und dann taucht da Ghana auf. Wenn jetzt mal noch einer Ghana schreibt, dann tut sich da natürlich erstmal noch nichts. Weil ja einfach die Tag-Geschichte funktioniert über verschiedene und verschieden oft angewählte Dinge dann. Ich kann das Ganze auch noch per QR-Code machen. Das sieht man dann hier. Tab for QR-Image. Jetzt habe ich hier gerade mein Handy am Start. Und werde dann da entsprechend auch nochmal was abgeben. So, dann kann ich den hier wieder raus machen. Und gehe auf Refresh. Und dann taucht hier noch die USA auf. Also, so einfach ist das.